Sternsinger Wahn, das ist so ne Abordnung aus Limbo. Jetzt geht's quasi ums Waschbecken oder so, wenn er die Bade, weil er doch schon hat, aber ist egal. Der Bischof von Limbo, das lieb an der Lahn, der liebte den Glanz und der liebte den Wahn. Der wäre bescheiden, sein Leben sei schlicht, doch andere sahen das in anderem Licht. Der Bischof von Limbo hielt sein dienstliches Haus für viel zu kleiden. Als sah es aus, so gab er den Auftrag, es zu renovieren und musste es einfallsreich zu finanzieren. Der Bischof von Limbo, ein frommer Mann, na, nehmen wir mal an, dass das war irgendwann. Doch dann irgendwann hat er nur noch so getan. Der Bischof von Limbo, das liebte den Glanz und der Lahn. Der Bischof von Limbo, der lügt den Glanz und der Lahn. Und der Bischof von Limbo kommt leicht an viel Geld. Und so wird in Limbo ein Haus hingestellt für ein Vielfaches dessen, was zuvor kalkuliert. Und der Bischof befiehlt und der manipuliert. Der Bischof von Limbo, der Bischof von Limbo, der Bischof von Limbo, das feinste mit Bier ohne Maß. Das Beste vom Besten, grad gut genug, die Kosten verschleiern, das nennt man Betrug. Der Bischof von Limbo, ein frommer Mann, ja, nehmen wir mal an, dass das war irgendwann. Irgendwann, doch, dann irgendwann hat er nur noch so getan. Der Bischof von Limbo, das liegt an der Lahn. Der Bischof von Limbo, der lügt an der Lahn. Der Bischof von Limbo, der viel von sich hält, sorgt nicht der Kollekt für die Tarmen der Welt. Hilfe sei wichtig, Kontrolle sei klug, als Kontrolle gönnt er sich nen teuren Flug. Das streitet er ab, als man ihn danach fragt. Der Staatsanwalt hat ihn dafür angeklagt. Und Meissner, sein Gönner, der zeigt sich verschnupft. Der Limbo da faun und zerzaust und gerupft. Der Bischof von Limbo, ein frommer Mann, ja, nehmen wir mal an, dass das war irgendwann. Doch, dann irgendwann hat er nur noch so getan. Der Bischof von Limbo, das liegt an der Lahn. Der Bischof von Limbo, der liegt an der Lahn. Der Bischof von Limbo, zerbrechlich und zart, sieht fast so aus, als wär er komplett entharrt. Der willig flugfliegt, der rasch zum Vatikan. Doch was fängt man dort noch mit so einem an? Was fragt der Papst, den er den Bischof ernannt? Wer hielt über ihn seine schützende Hand? Wer hat ihn gefördert? Empfahl sein Talent. Geheimnis der Beichte, mehr droht nicht am Ende. Der Bischof von Limbo, kein frommer Mann. Na, nehmen wir mal an, dass das war irgendwann. Doch, dann irgendwann hat er nur noch so getan. Der Bischof von Limbo, das liegt an der Lahn. Der Bischof von Limbo, der liegt an der Lahn. Zum Frechof von Limbo, der liegt an der Lahn. Vielen Dank.